Was bedeutet Babylon? Babylon ist in der Bibel eine untreue Braut, eine Hure. Und ich sah eine Frau und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Gottes Gemeinde wird bekanntlich als eine reine Braut dargestellt. Paulus sagt, denn ich habe euch, die Gemeinde, verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Diese reine Jungfrau wird auch in der Offenbarung mehrfach beschrieben. Dieser reinen Jungfrauen wird eine untreue Frau, eine Hure, gegenübergestellt. Sie ist das Bild einer Untreuen, einer von Gott abgefallenen Kirche. Nach Offenbarung 17 hat diese Kirche ihren Sitz auf sieben Hügeln bzw. Bergen. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, sagt Offenbarung 17, Vers 9. Alle Bibelausleger sind sich einig, dass es sich hierbei um die sieben Hügel statt Rom handelt. Welche Kirche hat auf den sieben Hügeln Roms ihren Sitz? Die römisch-katholische Kirche. Und damit ist sie Babylon. Nun sagt die zweite Engelsbotschaft, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Was ist der Wein, der die Welt geistig trunken werden lässt? Nach Jesaja sind dies die falschen Lehren, die durch diese Kirche verbreitet wurden. Von dem betörenden Becher ihrer falschen Lehren haben auch andere Kirchen getrunken, also auch ihre Lehren aufgenommen bzw. nicht reformiert. Babylon ist die Mutter der Hurerei. Das zeigt, dass zu Mutter Babylon auch Tochterkirchen zählen müssen. Somit wird uns gesagt, dass auch neben dem Katholizismus der sogenannte Protestantismus von seinem ursprünglichen Zustand gefallen ist und in Bezug auf Offenbarung 18, die ersten fünf Verse, eine Wohnung der Teufel und jeden falschen Geistes geworden ist. Allen Christen, also seinem Volk, wird von dem Engel zugerufen, Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt. Die dritte Botschaft lautet, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Das ist eine sehr ernste und liebevolle Warnung Gottes an die ganze Welt. Alle, die das Papsttum oder sein protestantisch-ökumenisches Bild anbeten, also sich ihm unterordnen, indem sie sich dem Zwang der Sonntagsheiligung wieder besseres Wissen unterwerfen, werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen und den ewigen Tod erleiden. Warum warnt Gott so eindringlich? Weil es ihm egal ist, ob wir errettet werden oder verloren gehen? Gott zeigt mit dieser ernsten Warnung die Dringlichkeit dieser Botschaft und will uns zur Entscheidung auffordern. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern möglichst viele zu der Gruppe von Menschen gehören, die das Mahlzeichen des Tieres nicht erhält. Offenbarung 14, Vers 12 zeigt uns die Gruppe, die diese Warnung beachtet und dem Mahlzeichen widersteht. Hier sind die, die erhalten, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Das sind Menschen mit Vertrauen auf Jesus. Sie halten alle Gebote Gottes, auch das Sabbatgebot des siebenten Tages. Hören Sie auf die Einladung Jesu, wenn er sagt, komm, noch ist seine Hand ausgestreckt. Legen Sie Ihr Leben in seine Hand und sagen ihm, ich will dir folgen und deinen Willen tun. Ich will deine Gebote halten. Was ist denn die Sünde wert? Fragen Sie nicht, was werden meine Freunde sagen oder meine Familie. Fragen Sie, was sagt Gott? Sagt nicht die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Gott verlangt von ihnen keine Leistung. Sie sollen keine zwei Zentner heben oder ihr Abitur mit 1,0 bestehen. Er will, dass sie ruhen. Sie sollen ruhen, als ein Ausdruck des kindlichen Glaubens und Vertrauens. Eben dann, wenn er es sagt. Ist es so schwer zu ruhen? Hätte nicht jeder gerne von uns 52 Tage mehr Urlaub im Jahr? Verlangt Gott etwas Schweres? Nein. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte, dass wir ihn lieb haben. 1. Johannes 5, Vers 3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und Johannes 14, Vers 15 sagt, Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wunderbares und Unvorstellbares hat er denen verheißen, die aus Liebe zu Gott seine Gebote halten. Jesaja sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und die Offenbarung sagt, wer überwindet, der wird es alles ererben. Was Gott verheißen hat, ist unvorstellbar schön. Selig sind die Gottes Gebote halten. Sie haben Teil an dem Baum des Lebens und gehen zu den Toren hinein in die Stadt. Die Schönheit dessen, was Gott verheißen hat, wird allen zuteil, die treu seine Gebote halten. Aber davon erfahren Sie mehr im nächsten Teil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017